Wie habt ihr das bisherige Spiel erlebt? Bis jetzt war es ziemlich langweilig. Der Jury ist ein richtiges Drecksack. Aber Gott sei Dank wissen wir, wo sein Auto steht. Gott sei Dank. Das war kein Tor. Oh, wir hören gerade, das war abseits kein Tor. Kommt, kommt, sind wir zusammen. Jungs, trotz allem, eure Prognose für das weitere Spiel? Trotz allem denke ich, wir werden Weltmeister. Auch wenn dieses Spiel bis jetzt... Scheißegal, wir werden trotzdem noch gewinnen. Ja, so ist es. Weil wir haben den Krieg verloren, also werden wir den Weltmeister schaffen. Es ist einfach so. Und ich weiß gar nicht, warum wir deutsche Mannschaft sowieso noch spielen sollen, denn Weltmeister sind nur Deutschland! Eine kleine Frage noch, oder ein kleines Statement. Eure Worte an Jogis Jungs. Ja, sag halt was. Okay. Ich muss sagen, bis jetzt habt ihr Scheiße gespielt. Aber trotzdem, ich weiß, ich glaub an euch. Und wir werden den Pokal... Wir packen das! Wir packen das! Wir werden den Pokal für uns holen! Deutschland! Deutschland!